so ihr lieben ja back home wollte eigentlich euch in die augen schauen aber es ist voll hell der schnee hallo beatrice der schnee reflektiert so krass sie jetzt die brille wieder aufsetzen muss ich habe mir gedacht dass es nicht so schnee ist dass es nicht so viel schnee hat wenn ich zurückkomme aber es ist genial ich liebe das wenn es so zu weiß und so ruhig ist und ja der tourismus noch nicht so krass angekommen ist und ja in diese weiße in diese weiße landschaft ist doch so geil seine seine wirklichkeit rein zu kreieren wie auf eine weiße leinwand wo alles unbefleckt ist übrigens wer von euch das noch nicht weiß die maria die unbefleckte empfängnis das bedeutet nur so viel wie bedingungslose empfängnis ich muss nicht um zu ich muss nicht um zu und ich muss auch kein sex gehabt haben um ein jesus kind zu gebären also ich muss überhaupt nicht um zu irgendwas gehabt haben ich kann total unbefleckt also einfach weil ich halt so entscheide weil ich so haben will kann ich ein geiles leben empfangen kann ich freude empfangen kann ich glückseligkeit empfangen kann ich alles empfangen was ich halt haben möchte und das heißt unbefleckte empfängnis die bibel ist ja eine parabel ist auch nicht richtig ist es eigentlich eine eine fallstudie sozusagen eine fallstudie mit worten und erklärungen die wir heutzutage nicht so benutzen würden aber es steht alles drin es ist es ist alles da ist es ist absolut klar und immer wieder zwischen dem mensch mensch entschieden und dem gott mensch dem göttlichen mensch und jesus christus als sinnbild wie es ist hier auf erben als gott mensch zu laufen in deinem gott bewusstsein mit einem gott meint mit einem göttlichen verstand deiner göttlichen psyche und aus dieser psyche ja psyche ist habe ich mit einer diskutiert heißt auf griechisch im seele und mit der seele ist eben diese göttliche psyche gemeint und nicht unsere psyche die psychotische psychopathische trainiert durch angst und mangel trainierte psyche ist damit nicht gemeint sondern damit ist tatsächlich die freie unendliche göttliche vorstellungskraft die vorstellungskraft außer all dem außerhalb von all dem was wir glauben außer all dem was unsere gesellschaft glaubt außerhalb all der regeln und eben bedingungen es gibt keine bedingungen es gibt keine voraussetzung die man erfüllen muss um etwas erreichen zu können die einzige sache die halt zu meistern ist ist der seinszustand der seinszustand dieser bedingungslose seinszustand und dass es eben nicht darauf ankommt auf das außen dass es nicht darauf ankommt was das außen die reflektiert dass das nichts bedeutet ob du die dinge haben kannst du erleben kannst erleben kannst die du möchtest das bedeutet es nicht dass außen bedeutet nur das was du es bedeuten lässt das bedeutet und da siehst du schon wieder diesen freien willen der nur einem selbst gebührt freier wille ist mein wille und es gibt nichts anderes aus mein willen es gibt nicht deinen willen dein will ist immer noch mein wille in meiner welt und aus diesem wissen heraus so so krass zu leben das bedeutet eben dass ich keine angst haben muss dass ich keine scham haben muss dass ich nichts verstecken muss dass ich keine angst haben muss was falsches zu sagen was falsches zu tun was falsches zu repräsentieren wenn ich erkenne dass all das was von mir als falsch beurteilt wird meine schöpfung ist und meine kreation und da tief rein zu sinken das ist für mich das allerbefreiendste das aller friedlichste dass diese dieses ruhige diese 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 sicherheit und diese komplette liebe im sinne von freiheit geborgenheit akzeptanz angenommen werden gehört zu werden wie viele menschen kämpfen damit weil sie glauben dass sie nicht gehört werden dass ihr partner sie nicht hört dass man sie nicht hört dass sie unwichtig sind und genau diese diese krux ich will gehört werden ich will gesehen werden von meinem partner er hört mich nicht er sieht mich nicht sie hört mich nicht sie sieht mich nicht sie nimmt mich nicht wahr das ist weil du es nicht kreiert hast weil du es nicht in deine wahrheit gebracht hast dass du wahrgenommen wirst dass du wichtig bist dass du alles bist das ist jetzt muss ich da meinen hund holen er hat was sie hat was ausgegraben und das soll sie nicht essen sehr ja 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 die ist ganz tief hier runter zu den kühen zu dem kuhmist sehr achtung und weg okay da sind wir wieder also und das zu erkennen das wirklich ganz ganz tief zu erkennen und dann auch eben okay damit zu sein dass ich letztendlich die alleine die einzige kraft einzige existenz in meinem leben bin das ist halt schon ein großer schritt wobei ich mich immer da so lange danach gesehnt habe dass jemand an meiner seite ist dass freunde hui diui applaus da ist aber das kommt eben nur wenn du es dir kreierst im inneren wenn du das haben möchtest weil es schön ist was freudig ist weil es eine abwechslung ist weil es eine erfahrung ist aber nicht weil es etwas bedeutet nicht weil es bedeutet dass du plötzlich gut genug bist nicht weil es bedeutet dass du plötzlich lebenswert bist darum deswegen sich nach dingen zu sehlen die das endlich bezeugen dass du endlich das bist was du gern wärst wird dich niemals das werden lassen was du möchtest wird dich niemals das sein lassen was du dir so ersehnst das ist halt einfach diese realität wir sind da echt auf dem falschen dampfer wir sind da falsch gepolt wir suchen wir suchen wir suchen an der falschen stelle wir suchen auf die falsche art wir suchen wir suchen und suchen und suchen und werden niemals finden weil es nichts zu suchen gibt es gibt nichts zu suchen es gibt nur zu sein es gibt nichts zu erfüllen es gibt nur zu sein es gibt nichts zu tun du musst nur sein und das deinem Verstand klar zu machen das ist eigentlich der härteste Job an der ganzen Geschichte, weil da sind ja diese ganzen Programmierungen drin die immer sagen, geht nicht, geht nicht, kann nicht, kann nicht nee, muss anders sein, muss anders sein und da diesen Reset einzufahren und zu sagen, okay ich kann neu anfangen ich weiß, warum ich neu anfangen kann ich weiß, wo die alten Überzeugungen die alte Programmierung herkommt ist einfach Bullshit stimmt alles nicht es ist wie, als würde mir man die ganze Zeit erzählt, ich wäre irgendwie der Sklave, da kennt ihr das gibt so ein Märchen, ein bisschen länger erzähle ich jetzt nicht, auf jeden Fall ist dem die ganze Zeit erzählt worden, er ist der Sklave und irgendwann hat er gemerkt, hu, ich bin ja der König und musste dann erst lernen, wie ein König ist was ein König zu tun hat wie ein König denkt wie ein König fühlt, wie ein König handelt was für Möglichkeiten ein König hat und vor allem worum es ihm geht als König wie sein Königreich zu funktionieren hat was er mit seinem Königreich für eine Wirkung erzielen möchte was er was er verkörpern möchte was er möchte, was die anderen in seinem Königreich verkörpern ja darüber gilt es sich klare Gedanken zu machen und diese Zeit muss man sich nehmen damit muss man sich beschäftigen das ist Schöpfung ich kann auch nicht sagen ja ich hätte gerne ein wunderschönes Aquarell gemalt aber ich mal nicht oder mal so eine Ecke mal so ein bisschen was aber ich bleibe nicht dran und dann sage ich ja gefällt mir eigentlich gar nicht und so laufen wir durchs Leben so sind wir konditioniert so laufen wir durchs Leben regen uns auf weil unser Aquarell weil wir es uns noch gar nicht richtig vorgestellt haben wie unser Kunstwerk sein soll und weil wir uns einfach noch nicht vorgestellt haben wie unser Leben als Masterpiece dein Leben mein Leben es soll mein Masterpiece sein und es soll nicht mein Masterpiece sein weil ich irgendwo irgendwelche Medaillen habe Auszeichnungen habe Preise gewinne auf irgendwelchen Memoiren erwähnt werde irgendwas auf meinem Grabstein steht sondern weil hier und jetzt mein Masterpiece stattfindet und weil dieses Masterpiece immer besser und besser wird weil das ist der Sinn des Lebens und da rauszugehen und zu glauben aufhören zu glauben dass der Sinn des Lebens ist weil andere irgendwann mal das gut genug finden wer oder was ich bin die anderen sind du und wenn du es nicht gut genug findest weil du glaubst dass die anderen es noch nicht gut genug finden dann merkst du wo sich da die Katze ins Schwanz beißt und wenn ich es noch nicht gut genug finde in meinem Leben weil mein Masterpiece noch nicht fertig ist dann gilt es dann hier weiter zu basteln dann gilt es dann hier weiter Unmögliches zum Möglichen machen weil ich der Schöpfer bin und diese Denkweise sich anzugewöhnen diese Lebensweise diese Sichtweise die ist neu die ist neu und aber so fest und firm zu wissen wer du bist und so fest und firm zu wissen wer die anderen sind denen du tagtäglich begegnest ich gestern auf der Reise und aber auch dann zu wissen was mache ich mit meinen Begegnungen was will ich mit meinen Begegnungen machen ich wähle da gibt es Begegnungen da passiert nichts und dann gibt es wieder Begegnungen da passiert Großartiges aber es liegt trotzdem noch an mir wenn ich den Anspruch habe ja jede Begegnung muss großartig sein mache ich wieder einen Stress aber wenn ich sage ich kann in aller Ruhe mein Leben zu einem Masterpiece machen ich kann meine Objekte und Subjekte in aller Ruhe auswählen und gestalten das ist Masterpiece Creation das ist Masterpiece Creation und das ist mein Luxus das ist MiLux das ist mein Jahresprogramm das ist das was ich machen möchte mit bis zu 10 Leuten nächstes Jahr dieses Masterpiece Life gestalten und zwar konkret und vom ersten Moment es zu leben und alles was dem entgegen steht wird abgelegt wird transformiert in die Wahrheit weil alles was meinen Wünschen und Träumen entgegen steht ist sowieso eine Lüge und diese Lüge zu erkennen zu entlarven zu transformieren immer wieder und immer wieder das ist wie Pinsel auswaschen und neue Farbe nehmen immer wieder Pinsel auswaschen neue Farbe nehmen nicht heulen nicht schimpfen nicht jammern nicht leiden Pinsel auswaschen neue Farbe nehmen so ja ich hoffe ich habe euch damit ein bisschen inspiriert vielleicht auch ein bisschen Lust gemacht auf MiLux Jahresprogramm da ist übrigens auch die tolle Cruise dabei im März da kommt die Ausschreibung demnächst noch in dieser Woche kann man auch ohne MiLux mitfahren aber es wäre dabei wenn man wirklich dieses große MiLux Masterpiece Leben endlich kreieren möchte und sich nicht mehr durch irgendwelchen Bullshit im Hier und Jetzt im Außen in der Vergangenheit in der Angst ablenken lassen möchte so geht's so funktioniert's es gibt keinen anderen Weg das ist der Weg der Schöpferin die wir nun mal sind ob wir es leben oder nicht wir sind's halt also Tschüssi Tschüssi